Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, in diesem Video möchte ich mit dir elf gute Gründe teilen, die dafür sprechen, ja, dass du, ja, über eine Vertriebspartnerschaft als Teleson-Vertriebspartner nachdenkst. Und wenn du jetzt noch kein Vertriebspartner der Teleson bist, dann möchte ich dir in diesem Video eben einfach die Gründe nennen, ja, die dafür sprechen, dass du darüber nachdenken solltest. Ich möchte dir da einige Informationen dazu geben. Und wenn du bereits Teleson-Vertriebspartner bist, dann hast du jetzt den Vorteil, beziehungsweise kannst dann die Punkte hier in deinen Gesprächen einsetzen, um, ja, bessere Ergebnisse zu erzielen. Ich werde dir auch unterhalb des Videos einen Link bereitstellen zu einem Artikel. Das ist ein sehr ausführlicher Artikel. Da werde ich auf diese Punkte nochmal näher drauf eingehen. Und ich werde dir noch weitere Informationen und Tipps bereitstellen, ja, die du, ja, für den Aufbau deines Geschäfts verwenden kannst, die speziell dafür gedacht sind, dass du als Teleson-Vertriebspartner von Anfang an, eben gute Ergebnisse erzielen kannst. Und, ja, dann lass uns loslegen. Das Video soll ja auch nicht allzu lange werden. Ich möchte da jetzt schnell auf die einzelnen Punkte eingehen. Ein Grund, der dafür spricht, dass du, ja, über eine Vertriebspartnerschaft mit der Teleson nachdenken solltest, ist der Markt an sich und, ja, die steigenden Energiepreise. Ich habe mal auf Statista ein paar Zahlen rausgesucht. Ich muss mal ganz kurz hier auf dem Zettel nachschauen. Im deutschen Strommarkt haben wir 1300 Stromlieferanten aktuell. Und 914 Netzbetreiber mit, ja, kann man so sagen, 914 unterschiedlichen Netznutzungsentgelten. Im deutschen Gasmarkt ist das auch nicht viel anders, ja. Da haben wir 980 Gaslieferanten und 729 Gasnetzbetreiber mit, ja, 729 unterschiedlichen Netznutzungsentgelten. Und du siehst also allein schon aufgrund der Vielfalt, dass hier in diesem Markt ein erheblicher Beratungsbedarf besteht, auch wenn das Produkt an sich sehr, sehr einfach ist. Und wenn du dir mal einfach den Spaß machst und holst dir mal die letzten Strom- und Gasabrechnungen hervor, im Strom wird es deutlich stärker sichtbar sein noch, dann wirst du feststellen, dass in den letzten Jahren, ja, die Strompreise stetig gestiegen sind. Und das, ja, die Prognosen stehen auch da oder sind auch darauf ausgerichtet, dass sich das in Zukunft nicht ändern wird. Und deswegen wird auch die Wichtigkeit, ja, die Energiepreise so niedrig wie möglich zu halten für den privaten Haushalt, wird da immer mehr an Bedeutung zunehmen. Und das ist natürlich immer auch schön, wenn du ein Geschäft in einem Markt betreibst, wo ja quasi die Nachfrage, ja, stetig steigt, ja. Der zweite Punkt ist die hohen Provisionen und die Möglichkeit der Vervielfältigung der Arbeitskraft. Der deutsche Energiemarkt, ja, der ist quasi immer härter und kämpft so, ja, dass quasi die Provisionen in dem Bereich, ja, förmlich explodieren, ja. Die Energielieferanten, die buhlen um jeden Kunden. Und das ist natürlich für Leute, die, ja, im Vertrieb beziehungsweise im Multilevel-Marketing stark sind, ja, eine tolle Geschichte, weil, wie gesagt, die Provisionen sehr, sehr hoch sind. Zum einen hohe Abschluss- und Folgeprovisionen, aber auch gute Differenzprovisionen, hohe Differenzprovisionen, sowohl auf Abschluss- als auch Folgeprovisionen. Ja, dadurch kannst du dir halt einfach einen sehr, sehr lukrativen Kundenstamm aufbauen. Entweder du machst es komplett alleine, ja, oder du machst es eben in Zusammenarbeit mit deinem Team und musst also daher nicht erst, ich sage mal, 67 werden, bis du dann eben halt in Rente gehen kannst und kannst eben sofort damit beginnen, dir von heute ab, ja. Wenn du heute die Entscheidung triffst, kannst du sofort beginnen, dir eine zusätzliche Rente in Form von einem passiven Einkommen aufzubauen durch Folgeprovisionen, durch Differenzprovisionen, etc. Ja, du kannst also quasi heute schon die Früchte deiner Arbeit genießen und solange die Menschen Energie benötigen, wirst du da auch etwas davon haben. Der dritte Punkt ist, die Produkte haben 100% Begehrlichkeit. Das kommt einfach aus der Tatsache heraus, dass jeder bereits Energie nutzt, ja, und dass halt jeder Energie braucht. Und von daher ist jeder dein potenzieller Kunde, ja. Wenn du auf die Straße rausschaust, ist jeder, den deiner Nachbarn, ist potenzieller Kunde und von daher ist das natürlich ein tolles Tätigkeitsfeld für Menschen, ja, die in dem Bereich dann eben halt auch aktiv werden möchten. Der vierte Punkt ist dann die Synergieeffekte mit anderen Unternehmen und das ist, ja, finde ich, eine klasse Sache, weil wir hier zu jedem Unternehmen, ja, was mit Endkunden, sei es Gewerbe oder Privatkunden zu tun hat, eine Win-Win-Situation herstellen können. Es gibt quasi keine Konkurrenz zu anderen Network-Marketing-Unternehmen. Es gibt keine Konkurrenz zu anderen Networkern. Ganz im Gegenteil. Jeder, der das Ganze geschickt aufbaut, der profitiert durch unser Produkt, weil, ja, der Networker zum einen seinen Kunden etwas Gutes tun kann, ja, indem er die Energiekosten senkt. Und gleichzeitig kann er eben dadurch durch die freigewordene Liquidität eben seinen Kunden, ja, mehr von, ja, seinen guten Produkten verkaufen und Cross-Selling betreiben. Und das ist eine richtig klasse Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Gerade Finanzdienstleister zum Beispiel profitieren enorm von diesen Produkten, ja. Da ich ja selbst aus dieser Branche komme, kann ich dir hier ja auch wertvolle Tipps geben, wenn du das möchtest, ja. Und falls du jetzt Finanzdienstleister bist, nimm da einfach Kontakt zu mir auf und dann lass uns da einfach mal drüber sprechen. Der fünfte Grund ist, ja, die flexible Zeitanteilung gibt es auch in anderen Unternehmen. Aber trotzdem ist es ein wichtiger Grund. Du kannst bei uns arbeiten, wann, wo und mit wem du willst. Du hast keine Mindestvorgaben. Du allein bestimmst, wie du deine Zeit und dein Arbeitspensum einsetzt. Die einzigste Messlatte, die es hier gibt, sind quasi deine Ziele. Aber alles andere ist letzten Endes dann, ja, deine Entscheidung. Der sechste Grund ist ein kollegiales Team, ja. Auf den tollen Teleson-Events wirst du viele interessante, erfolgreiche Menschen kennenlernen. Diese Menschen haben quasi ähnliche Ziele wie du, ja. Und ihr könnt gemeinsam voneinander lernen. Und gerade durch dieses gemeinsame Lernen voneinander, ja, entsteht so eine optimale Grundvoraussetzung für deinen Erfolg. Der siebte Punkt ist, ja, das Geschäft an sich. Es ist ein super einfaches Geschäft. Und für Network Marketing ist dieses Business und die Produkte, ja, optimal. Du musst nicht großartig was erklären. Der Strom kommt aus der Steckdose. Die Wärme kommt aus der Heizung. Da müssen wir nicht groß was erklären. Das Geschäft ist wirklich einfach zu machen. Entscheidend ist einfach nur, dass du die Menschen darauf ansprichst, egal ob online oder offline. Und den Menschen dabei einfach hilft dir, ihr eigenes Konsumverhalten dementsprechend umzustellen auf günstigere Tarife. Und, ja, indem du dabei Menschen hilfst, quasi weniger für ihren Energiebedarf zu zahlen, ja, ja, kannst du zusätzliches Geld verdienen, ja. Und ich kenne niemanden, der für eine gleiche Leistung gerne viel zu viel zahlt, ja, sondern die meisten möchten, ja, für eine gleiche Leistung gerne einen guten Preis haben und, ja, ja, eben halt weniger bezahlen. Dann der achte Punkt ist kostenlose Ausbildungen und dein kostenloses Online-Büro. Der Einstieg bei der Telezone ist komplett kostenfrei. Das heißt, du bist mit deinem allerersten Abschluss, bist du direkt in der Gewinnzone. Und das ist, ja, ein riesengroßer Vorteil gegenüber vielen, vielen anderen Formen der Selbstständigkeit, wo du erstmal viel, viel Geld investieren musst, um dann das Geschäft überhaupt profitabel ausüben zu können. Der neunte Grund, wir haben hier lukrative Partnerprogramme. Das heißt, du kannst viele Zusatzprogramme nutzen, wie zum Beispiel das Autoprogramm, Tablet- und Smartphone-Programm und kannst jetzt sogar, ja, ich sage mal, dein Leasing-Auto über den Konzern quasi finanzieren lassen. Der zehnte Grund, warum du darüber nachdenken solltest, ist das Unternehmen an sich. Ich sage immer, ein starkes Unternehmen im Rücken zu haben ist, ja, eine Grundbasis für deinen Erfolg. Gerade wenn man bedenkt, dass viele Unternehmen im Network-Marketing starten und die ersten fünf Jahre nicht überleben, ist es umso wichtiger, wenn du langfristig dir ein lukratives Geschäft aufbauen willst, dann ist es wichtig, dass das Unternehmen im Hintergrund, ja, funktioniert, so, dass du eben halt auch langfristig davon zerren kannst. Das ist bei der Tele-Sonn definitiv der Fall. Das Unternehmen gibt es seit dem Jahr 2000. Das ist in München gegründet worden. Im Jahr 2008 ist dann der Einstieg in den Energiemarkt erfolgt. Die Tele-Sonn AG ist im gesamten Bundesgebiet tätig. Im Jahr 2017 hat die Tele-Sonn einen Umsatz von mehr als 90 Millionen Euro erwirtschaftet. Diese Zahlen, die kannst du auch sehr schön nachprüfen. Geh dazu einfach auf, ja, bundesanzeiger.de und dort kannst du die Zahlen dann dementsprechend nachschauen. Dann haben wir hier die hohe Weiterempfehlungsrate. Das ist der elfte Grund und das habe ich persönlich sehr schnell festgestellt, dass die Menschen, ja, dich in diesem Bereich sehr, sehr gerne weiterempfehlen. Das ist eigentlich auch logisch, ja, wenn man drüber nachdenkt, weil wer empfiehlt denn nicht gerne seinen Liebsten ebenfalls Geld zu sparen? Stell dir mal vor, du würdest jetzt 100, 200, 300, 400 Euro im Jahr einsparen und im Gewerbebereich vielleicht auch sogar deutlich mehr noch, ja. Dann bist du doch froh, wenn du deinen Liebsten ebenfalls so Nahsparnis, ja, quasi zukommen lassen kannst. Und das ist auch, wenn ich nochmal zurückgehen kann, auf die, ja, Synergieeffekte und die Win-Win-Situation. Auch das ist zum Beispiel ein sehr, sehr großer Vorteil für Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten, weil sie über diesen Kanal, ja, eine gute Weiterempfehlungsrate haben und einen leichteren Einstieg zu neuen Kunden, ja, erhalten können, wenn man es richtig macht, ja. Und da helfen wir gerne weiter mit Tipps. Wie sieht die Unterstützung für unsere Teampartner aus? Wenn du jetzt mit dem Gedanken spielst und sagst, jawohl, ich hätte da Interesse dran, dann mache ich dir unterhalb des Videos ebenfalls einen Link, wo du nochmal weitere Informationen anfordern kannst. Zur Unterstützung in unserem Team, du hast eine Erfahrung, Upline. Wir haben Leute, die sehr, sehr stark im Direktvertrieb sind. Das heißt, sie kennen das Offline-Geschäft in- und auswendig. Wir haben Leute im Team, die, ja, sehr stark im Online-Marketing sind. Auch hier können wir dich optimal unterstützen. Du bekommst Zugang zu unserer Team-Internen-Ausbildungsakademie, nachdem du dann den ersten Vertrag vermittelt hast. Dazu zählt auch übrigens dein eigener Vertrag. Bekommst du Zugang zu unserer geheimen WhatsApp-Gruppe und Facebook-Gruppe, also Zugang zu unserer Community. Wir stellen Landingpage-Vorlagen zur Verfügung, die du einfach kopieren kannst, ja, und einsetzen kannst. Du kannst unsere Sales-Letter haben. Ja, also du bekommst unser komplettes E-Mail-Follow-up. Einfach, wie gesagt, kopieren, das Ganze duplizieren. Wir haben Webinare, die wir quasi zur Verfügung stellen. Und für alle diejenigen, die quasi auch, ja, ihre eigenen Verträge dann umstellen, gibt es zusätzlich nochmal Zugang zum MLM-Inbauen-Profi und zum MLM-Online-Profi. Und du hast auch mit deinem Teamleiter dann einen persönlichen Ansprechpartner an deiner Seite. Und mehr geht nicht. Ja, letzten Endes können wir das Geschäft nicht für dich tun, aber wir können dich mit allem, was uns in der, ja, mit allem, was uns zur Verfügung steht, eben halt unterstützen. Und das tun wir. Dazu kommen natürlich auch noch Events der Tele-Son, ja, sei es die Energiegrundschulungen oder auch Online-Meetings. Also du siehst, für jeden, der sich in diesem Bereich tatsächlich entwickeln will, ist alles vorhanden. Das Einzige, was du halt selbst machen musst, ist die Umsetzung. Das kann niemand für dich tun, weil wenn jemand schwimmen lernen will, dann kann man zwar am Beckenrand die Bewegungen üben, aber letzten Endes muss man dann doch ins Wasser springen und, ja, das Schwimmen halt von selbst auch lernen. Und so ist es bei uns hier nicht anders. Also wir werden das Geschäft nicht für dich tun, aber wir können dich bestmöglich unterstützen. Wenn das Ganze für dich interessant war, dann gib mir gerne einen Daumen hoch, schreib mir deine Fragen unterhalb, ja, des Videos. Gerne beantworte ich dir deine Fragen. Ansonsten, falls du es noch nicht gemacht hast, abonniere den Kanal. Müsstest du jetzt hier im Video gleich die Möglichkeit dazu haben. Ansonsten kannst du es auch unterhalb des Videos machen. In diesem Sinne, ich freue mich von euch zu hören. Wünsche dir alles, alles Gute, maximalen Erfolg. Wir sehen, hören uns im nächsten Video. Bis dahin, alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.